Flux 1.1 ist das neue deutsche KI-Modell, das auf Platz Nummer 1 geklettert ist. Ehemalig bekannt unter dem Namen Blueberry trollt uns Black Forest Labs genauso wie OpenAI und das, obwohl ich Bären noch nicht mal mag. Dazu hatten wir haufenweise Updates zu KI-Videos, zum Beispiel von Meta und von Beaker Labs, die aktuell komplett viral gehen. Ach ja, und ChatGPT bringt uns Canvas und kopiert somit das coolste Feature von Antropic. Und was macht das restliche Deutschland in der Zwischenzeit? Tja, die verbieten es Robotern am Sonntag zu arbeiten. Flux 1.1 Pro, fast a better, stronger. Scrollen wir mal kurz runter, dann sehen wir einige Bilder. Diese Bilder wurden generiert mit dem neuen Flux-Modell 1.1 Pro, das wir aktuell über die API verwenden können. Ich zeige dir später noch ein paar Dinge, wie du es sogar komplett gratis verwenden kannst. Die Bilder sehen wirklich sehr gut aus. Gerade wenn man sich hier die Details ansieht von diesem Auge und die Qualität der Haare hier oben ist schon auf einem neuen Level. Natürlich auch solche Landschaften. Auch bei diesem Bild erkennt man ziemlich genau, dass wir viele, viele Details in diesem Bild mit drinnen haben. Ja, die Details sind vielleicht nicht immer komplett perfekt, aber würde man hiervon noch ein Upscaling machen, dann könnte man diesen Haufen hier hinten natürlich auch noch separat alles aufschlüsseln. Also die Details der Bilder sind schon der Wahnsinn. Fotorealismus. Auch hier nochmal Fotorealismus. Ein Lux mit vielen Details. Text. Auch das da fand ich sehr gut. Mit der Haut hier. Etwas für die Mode messen. Und ganz wichtig, Blueberry. Weil auch Flux scheinbar die Leute trollen will. Ähnlich wie es OpenAI oft macht. Warum trollen? Weil sie auf dieser Webseite mal ganz kurz als Blueberry-Modell aufgetaucht sind. Und mittlerweile wurde klar, dass dieses ehemalige Blueberry-Modell jetzt in Wirklichkeit Flux 1.1 Pro ist. Und zwar von Black Forest Labs. Also eine Handvoll deutscher Entwickler haben es wirklich geschafft, ihr bestes Modell noch besser zu machen. In den Top 5 nur Flux-Modelle. Also das 1.1-Modell und das normale Profi-Modell. Natürlich nur über separate APIs, das sind immer die gleichen Modelle. Dahinter folgt Ideogram und Mid-Journey. Wenn wir runterscrollen, dann sehen wir, was wir alles haben. Also wir haben Flux 1.1, das Profi-Modell. Wir haben das normale Flux-Profi-Modell. Das Flux-Developer und das Flux-Schnell. Developer und Schnell können wir natürlich auch lokal laufen lassen. In Conf.UI oder Forge oder sonst was. Und die Profi-Modelle über die API. Wir haben hier einige APIs, die wir ausführen können. Meine Lieblings-API ist aktuell tatsächlich Replicate. Wenn man auf Replicate klickt, kann man das Ding hier verwenden. Aber Achtung, hier kostet jede Generation ein klein wenig Geld. Die Generationen sind zwar ziemlich günstig. Wenn man hier ein paar Euro auflädt, dann kann man wirklich etwas generieren. 25 Bilder in etwa 1 Euro. Jedoch will ich dir noch zeigen, wie du das komplett gratis verwenden kannst. Ein cooles Bild, das mir auch gefällt, ist das da. Eine Comic-Katze, die ein Blaubeeren denkt, in einem realistischen Hintergrund. Ich glaube nicht, dass ich sowas jemals aus einem anderen Diffusion-Modell gesehen habe. Solche Kombinationen, die sind echt witzig. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob das irgendein anderes Diffusion-Modell so hinkriegt. Auf ihrem X-Profil teilen sie natürlich viele Dinge. Und auch hier wird mit diesen Blueberries geteasert. Und wenn man für das Unternehmen arbeiten will, sie haben aktuell 8 Jobs, auf die man sich bewerben kann. Hier sind die ganzen Jobs aufgelistet und man sieht, wenn man Chief of Staff werden will, dann sollte man im Optimalfall sogar aus Deutschland sein. Beim Announcements geben sie uns noch mehr Details. Flags 1.1 Profi ist schneller und besser. Hier nochmal einige Beispielbilder. Dreimal so schnell und dennoch die bessere Qualität als das Profi-Modell. Die Performance um einiges besser. Hier sehen wir den ELO-Score. Hier wird verglichen zwischen, Moment, Stable Diffusion 3, DALI, Playground, den Flags-Modellen Mid-Journey, Ideogram. Das sind hier aktuell die Modelle, die am besten oder am weitesten vorne sind. Das Flags 1.1 Profi-Modell hat einen ELO-Score von 1150, sogar etwas drüber. Das Profi-Modell 1130 meinetwegen. Danach kommt Ideogram und die restlichen Modelle liegen doch etwas zurück. Man sieht hier zum Beispiel Stable Diffusion 3 Medium hat einen Score von 960. Es fällt hier vielleicht auch auf, dass die Grafik etwas interessant gewählt ist. Die Modelle siedeln sich alle irgendwo zwischen 950 und 1150 ein. Also wenn man diese Grafik wirklich bei 0 starten würde, würde es das besser in Relation setzen. Denn es sind hier tatsächlich nur in etwa 200 Punkte vom schlechtesten bis aufs beste Modell an Performance-Unterschied da. So sieht es natürlich etwas extremer aus. Auch hier haben sie einen ähnlichen Vergleich. Also alle Modelle dummeln sich schon so ziemlich auf einem ähnlichen Level. Ab 1000 haben die Modelle ein recht gutes Prompt-Verständnis. Und das allerneuste Modell kannst du wie gesagt auf diesen APIs testen oder aber auf dieser App, die ich dir jetzt zeige. Shoutout an den guten alten Huemium. Das ist jemand, mit dem ich schon lange in Kontakt bin. Ich habe früher ganz viel DIVORUM verwendet und er war ein Erfinder von DIVORUM, ein Entwickler dabei. Und er hat uns eine App gratis zur Verfügung gestellt. Die App ist hier und man kann die gratis testen. Ich habe mal diesen Prompt reingeschmissen. Wir senden den los und dann siehst du auch, wie schnell das funktioniert. Ich schneide das Video nicht. Boom, da haben wir tatsächlich schon das Bild. Flux Time Travel haben wir im Hintergrund und wir haben eine Party in den 80ern. Und ich lasse den Prompt einfach nochmal laufen. Diesmal ohne Hintergrund. Und auch hier haben wir eine Party in den 80ern. Hier in der Galerie sieht man einige Bilder, die hier erstellt wurden. Der Fotorealismus ist wirklich sehr gut. Diesen Burger finde ich gut. Eine Kuh, die Steak ist. Welche Ironie. Nachtische. Auch diese zwei Bilder finde ich sehr hübsch. Und auch diese Party wurde wunderschön. Natürlich klappen auch Tiere gut. Und auch Meta liefert. Jeder weiß, wenn man Bilder machen kann, kann man auch Videos machen. Meta liefert MovieGen. Mit MovieGen kann man Videos machen. Und sie haben hier sehr, sehr viele Beispiele. Man kann entweder Text zu Video machen, Videos mit Soundeffekten, Videos bearbeiten und sogar eigene Bilder transformieren. Dieses Video ist entstanden alleine vom Text. Hier haben wir die Text Input Summary. Das heisst, dieses Bild wurde hochgeladen und davon kann man dieses Video generieren. Auch das scheint mittlerweile richtig gut zu klappen. Das ist auch wieder entstanden alleine vom Text. Die Blitze finde ich cool. Optimal ist es natürlich für solche Videos. Ein chilliger Hund im Pool, der surfende Koala-Bär oder ein kleines Gespenst. Natürlich auch ein Affe, der mit einem Schiff beim Baden spielt. Ich meine, wer kennt es nicht? Und man kann sogar Videos bearbeiten. Hier sieht man das Originalvideo und danach wurde dieser Typ zu einer Ballerina. Oder er läuft durch die Wüste oder er verwandelt sich in einen Dino. Was wäre Mark Zuckerberg ohne seinen Sonnenbrillen? Natürlich kann man auch verschiedene Videos machen, wo man diese Sonnenbrillen dazufügt oder wegmacht. Auch andere Styles kann man hinzufügen. Sogar scheinbar die Farbe vom T-Shirt verändern. Oder dem Hund coole Klamotten anziehen. Oder ein Pinguin in einem witzigen Kleid. Das da ist aber wirklich etwas, das vielleicht noch unterschätzt wird. Sein eigenes Bild hochladen und davon Videos machen, das ist etwas, was bisher wirklich kaum möglich war. Zumindest nicht von Text. Ja, man konnte zwar Face-Swaps machen, aber das Hochladen von Gesichtern kombiniert mit einem Text-Prompt und dann bekommt man sich selbst in einem Video. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Die Videos sind vielleicht nicht immer perfekt, zumindest nicht bei diesen Beispielen. Und wahrscheinlich sind auch diese Beispiele so ausgesucht, dass sie natürlich das beste Bild machen, was es nur irgendwie so hergibt. Aber wir hoffen einfach, dass man wirklich solche oder ähnliche Videos hinbekommt. Denn ich würde es ziemlich cool finden, wenn man einen Gebarrt auf seine DJ-Party einladen könnte. Und natürlich kann man auch Soundeffekte hinzufügen. Soundeffekte sind natürlich auch etwas, das Diffusion-Modelle machen können. Diffusion-Modelle können Bild, wenn sie Bilder können, können sie auch Videos, weil das nur mehrere Frames nacheinander sind. Aber Diffusion-Modelle können auch Sound generieren. Vielleicht noch nicht ganz auf dem Level von Eleven Labs, aber das ist jetzt aktuell auch nur ein Research-Paper. Man kann sich das Paper hier runterladen und selbst ansehen. Leider bekommen wir aktuell noch nicht Zugriffe auf dem Code. Scheinbar soll das sogar Open-Source zur Verfügung gestellt werden. Ich bin gespannt, wann wir Zugriff bekommen. Natürlich ziehen auch die anderen Modelle nach. Zum Beispiel Bika Labs. Bika Labs 1,5 ist hier. Und Bika Labs 1,5 scheint auch gute Videos zu generieren. Sie haben hier einige Beispiele hinzugefügt. Man kann sowohl aus Textvideos machen, aber auch Bilder hochladen und verschiedenste Dinge hinzufügen, Videos bearbeiten. Bika Labs war eine Zeit lang die Nummer 1. Danach wurde es wieder eingeholt von anderen Modellen. Und mittlerweile scheint es so, dass sie die nächste Welle von Videos losgetreten haben. Also sieht auch jetzt wieder so aus, als ob die Modelle es besser und besser werden. Auch dieses Inflate, das ist etwas, wo einige Videos komplett viral gegangen sind. Ich denke, man kann wirklich interessante Dinge damit generieren. Auch solche Videos habe ich immer wieder viral gehen gesehen. Auf Instagram, TikTok oder sogar Twitter. Man kann also interessante Dinge machen. Bika Labs 1,5 kann man mal austesten. Ich muss aber dazu sagen, bei mir hat es ewig gedauert, etwas zu generieren. Einige der coolsten Videos kommen natürlich von einer Toilette. Wie könnte es anders sein? Man kann Toiletten zerschneiden, explodieren lassen, expandieren, zusammenkneten, was man auch immer machen will. Mit Toiletten, denke ich mir zumindest. Und natürlich hatte auch ChatGPT ein Update. Und zwar ein cooles. Canvas. ChatGPT Canvas sind jetzt da und zwar für alle, sogar für uns in Europa ohne VPN und nix. Wenn wir auf ChatGPT klicken, können wir hier oben auswählen. Wir können auf Canvas gehen. Und wenn wir hier irgendetwas reinschreiben, dann öffnet sich die Canvas automatisch. Zum Beispiel. Schreibe eine Geschichte über einen Gnom, der auf einer explodierenden Toilette sitzt. So wie wir es von diesen Bika Videos gesehen haben. Du siehst, es öffnet sich ein separates Fenster. Jeder, der mit Cloud arbeitet von Anthropic, kennt dieses Feature bereits. Dort nennen sie es Artefakts. Und hier läuft es relativ ähnlich. Auf der linken Seite bekommst du einige Informationen. Auf der rechten Seite haben sich diese Canvas geöffnet. Und hier kannst du jetzt einige Dinge machen. Du kannst in der rechten unteren Ecke hier drauf klicken. Also wenn du verschiedene Dinge bearbeiten willst, bekommst du Vorschläge. Du kannst dir entweder Veränderungen vorschlagen lassen. Du kannst die Länge anpassen. Soll es kürzer werden oder länger? Du kannst auf das Reading Level klicken. Du kannst also den Schwierigkeitsgrad anpassen. Zum Beispiel College oder Kindergarten. Du kannst auch noch ein paar Feinheiten anpassen oder Emojis hinzufügen. Wenn du zum Beispiel hier aufklickst, kannst du auch hier Veränderungen reinschreiben. Make it shorter. Also mach es kürzer. Es wird hier einfach nur umgeschrieben. Und natürlich kannst du mit dem Ding auch auf Deutsch sprechen. Du kannst dementsprechend einfach auf die Dinge klicken und diese anpassen, wie du möchtest. Diese Canvas sind auch praktisch für Code. Wenn du zum Beispiel sowas reinschreibst, gib mir den Code für Snake. Dann bekommst du den Code für Snake und auch das wird in diesem Canvas geöffnet. Interessant wäre hier für gesamte Projekte, wenn wir ein paar mehrere Canvas hätten, um das etwas besser zu organisieren. Aber auch hier können wir gut mitarbeiten. Wenn du hier unten draufklickst, bekommst du Code Review. Du kannst es in eine andere Sprache umschreiben. Du kannst Bugs rausbringen. Du kannst Logs hinzufügen oder Comments hinzufügen. Klicken wir einfach mal auf Add Comments. Und du siehst, die Dinge werden hier überschrieben. Wir fügen automatisch die Kommentare hinzu, damit wir uns vielleicht etwas besser zurechtfinden. Und wenn du es lieber zum Beispiel in JavaScript hättest, kannst du natürlich das Ganze auch in JavaScript umändern. Und schon wird das Ganze abgeschickt und wir bekommen es in JavaScript zurück, falls es denn klappt. Also generell ein sehr praktisches Feature. Vor allem für die Programmierung ist es richtig praktisch, aber auch wenn du Geschichten schreiben willst und die Geschichten schnell ein klein wenig umschreiben willst. Unser explodierender Gnom, der geht natürlich im Nullkommanichts zu bearbeiten. Sagen wir, wir wollen den auf einem Kindergartenlevel haben, abschicken und das Ganze war es tatsächlich schon. Du siehst, die Dinge werden alle so überarbeitet, wie du willst. Und du musst nicht unbedingt den ganzen Text bearbeiten, du kannst auch diese kleinen Dinge hier bearbeiten. Das ist natürlich etwas sehr Praktisches. Du kannst auch einzeln die Dinge löschen und selbst reinschreiben. Also das ist etwas, was mittlerweile sehr praktisch ist und willst du es verwenden, kannst du hier oben Copy klicken und das war es. Neben dem Canvas gibt es natürlich mittlerweile auch die Realtime API. Darüber habe ich schon ein komplettes Video gemacht, deshalb will ich hier nicht zu tief ein tauchen. Aber jetzt klappt sie auch in Deutschland oder für mich in Südtirol auch über den Playground. Dafür klicken wir auf die Realtime API, Enable Access, Mikrofon erlauben und wir können danach sprechen, sobald wir Start Session klicken. Hey Aloi, was machst du denn heute so? Antworte mit etwas Witz und beeil dich. Hey, ich jongliere hier mit Bits und Bytes, während ich versuche, meinen virtuellen Kalender zu optimieren. Und du? Schon alle Einhörner für heute gezählt? Warum fragst du mich, ob ich Einhörner gezählt habe? Ach, das war nur ein kleiner Scherz. Einhörner zählen klingt doch nach einer magischen Art, den Tag zu verbringen, oder? Manchmal muss man einfach mal ein bisschen Fantasie in den Alltag bringen. Okay, und du denkst, als KI-Modell solltest du Fantasie haben. Hast du auch Gefühle? Naja, Gefühle im menschlichen Sinne habe ich nicht. Okay, das ist genug für mich. Im Übrigen, hier diesen Systemprompt, den kannst du noch etwas anpassen. Denn hier wurde dem Ding gesagt, dass es keine Gefühle hat. Den Systemprompt kannst du für dich noch etwas besser anpassen. Dann antwortet es auch noch etwas pfiffiger. Die Real-Time-API wurde im Übrigen jetzt auch in Langchain mit integriert. Das heisst, jeder, der Apps entwickelt mit Langchain, kann auch hier ganz schnell mittlerweile die API-Calls machen. Hier ist ein Beispielcode. Und Sam Oldman sagt uns, dass KI-Agenten kommen, und zwar bereits im nächsten Jahr. 2.25 werden Agenten funktionieren. Ein Voice-Assistent kann danach Aktionen ausführen und kann für dich Erdbeeren bestellen. Ich weiss nicht, was sie immer mit diesen Erdbeeren haben, so langsam habe ich Beeren genug. Beeren sind übrigens das einzige Ding, das ich persönlich nicht esse. Mir wäre lieber, wenn das Ding Schokoladenmodell heissen würde. Damit sie den ganzen Spass finanzieren können, haben sie auch eine Fundingrunde durchbekommen. Sie haben 6,6 Billionen bekommen. Milliarden auf Deutsch. Sie sind bewertet mit 157 Milliarden aktuell. Und Sam Oldman hat sich natürlich Equity gesichert und bekommt so ein fettes Stück vom Kuchen ab. Auch Microsoft hat ein paar Updates, und zwar in Co-Pilot und für Windows 11. Gerade wenn man die neuen Laptops hat, mit den neuen Chips, sollte das Ganze funktionieren, sonst eher nicht. Sie haben hier ein gesamtes Video für uns gemacht. Wir müssen uns nicht das gesamte Video ansehen. Sie haben mittlerweile das sogenannte Recall-Feature eingebaut. Das Recall-Feature ist ja etwas umstritten. Einige sagen, hey, Microsoft überwacht uns hin und her. Ich will mich hier nicht zu tief einmischen. Generell läuft das Ding lokal, aber was Microsoft wirklich mit den ganzen Daten macht, weiss man nicht. Man kann halt seinen PC auch sehr schnell durchsuchen. Man kann auch im Bing drinnen die Dinge bearbeiten und auch online Sachen bestellen. Und man kann sogar seine eigenen Fotos upscalen. Ein integrierter Upscaler ist eingebaut und man kann pixelige Fotos weniger pixelig machen. Oder seinen Hund mitnehmen auf die Autoreise. Auch in der Bing-Suche wird der KI-Kram eingebaut. Natürlich lässt sich auch entweder nicht lumpen, sie veröffentlichen ein neues Open-Source-Modell. Sie haben genau diesen Namen, NVLM 1.0. Es gibt eine gesamte Familie. Sie haben einige Modelle. Hier ein 72 Milliarden Parameter-Modell. Und die Modelle sind scheinbar recht gut. Hier gibt es eine kleine Grafik verglichen mit anderen Modellen. Das Entweder-Modell scheint recht gut zu sein. Ich habe es selbst absolut noch nicht getestet. Sie haben auch natürlich ein gesamtes Papier. Die Model-Weights auf Hugging Face und der gesamte Coat bekommen wir auch bald. Ich nehme an, in der Zwischenzeit könnte man das einfach auf NVIDIA NIMS testen. Auch Leonardo AI hatte ein kleines Update. Wir bekommen Image-Referenz und Style-Referenz. Das Ganze sieht in etwa so aus, dass man Bilder hochladen kann und ähnliche Charaktere oder Styles rekreieren kann. Wie man hier sieht, ich glaube mit diesem Bild wurde gestartet und man kann die Bilder ganz einfach umbauen. Ich habe bei Leonardo übrigens auch immer ein Abo, weil ich das Modell cool finde. Wenn man auf Image-Creation geht, dann können wir hier oben zum Beispiel den Legacy-Modus ausschalten. Und du siehst auch hier, dass wir mittlerweile auch Image-to-Image und diese Referenzen im Leonardo-Phoenix-Modell haben. Das Phoenix-Modell ist eines der beliebtesten Modelle auf Leonardo. Wenn wir hier drauf klicken, dann können wir Style-Referenz oder Image-to-Image machen und auch in Zukunft Content-Referenz geben. Klicken wir mal auf Style-Referenz mit zum Beispiel diesem Bild und ich will eine Katze in einem Kleid haben. Und so sieht das Ganze aus mit unserer Style-Referenz und dem Phoenix-Modell. Finde ich inzwischen schon relativ cool. Also das Bild, komm schon. Ach ja, Elon Musk hatte übrigens ein Rekrutierungs-Event, das er gleichzeitig abgehalten hat, als der Developer Day von OpenAI war. Er versuchte einfach neues Talent anzulocken und sagte, dass sie zusammen eine Superintelligenz entwickeln sollten. Und er war sogar im ehemaligen Headquarters von OpenAI, um das Ganze durchzuführen. Ich will noch kurz Altras-Digitale-Menschen anreißen, wenn man das so nennen will. Das sind Modelle, die Minecraft spielen. Ich habe schon öfter Voyager vorgestellt. Der kann für eine gewisse Zeit autonom Minecraft spielen. Arteria kann das Ganze besser. Man kann sich auch auf YouTube einige Videos davon ansehen. Im Groben spielt KI Minecraft. Und was macht Deutschland in der Zwischenzeit? Die verbieten es, Robotern am Sonntag zu arbeiten. Dieser Typ schreibt, dass Deutschland mit aller Gewalt versucht, zurückzubleiben. Wenn dich das KI-Zeug interessiert und du nicht zurückbleiben willst, kannst du der Community beitreten. Hier diskutiert man rege, inzwischen 1800 Leute. Ein kleiner KI-Kurs ist auch mit dabei. Wir haben alle Spass.